Hä? Sean Wekommen und willkommen auf dem immer noch besten Kanal Alle YouTube VERY эти Videos sind wir geschafft! Heute wirklich sehr, 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 sehr Sehr beliebt bei uns Orakel Through! Heute werden wir alle unsere Entscheidungen fremdbestimmen über die Das ist kein Stück Pappe, Freunde Ihr kennt die Regeln, ich werd das veranschaulichen Das gilt für euch dort draussen, liebe Freunde Sollt ihr jetzt erstmal nen Daumen hoch auf dieses Video geben Sollt ihr einen Daumen hoch auf dieses Video geben? Das andere ist zu schwarz. Sollt ihr genau jetzt, nachdem ich das geworfen habe, einen Daumen geben. Yo! Meins funktioniert nur auf mich bestimmt. Das seht ihr jetzt. Habe ich den größten Schwanz aus der WG. Oh mein Gott! Überlegge! Das andere ist Orakel-Fake und das stimmt eigentlich gar nicht. Ist mein Orakel richtig und Jengis ist eigentlich Fake? War das eine Lüge? So werden wir heute durch den Tag schreiten. Wie kommen wir jetzt von der Stelle hier? Was machen wir überhaupt? Janne muss deinen Orakel auch zeigen den Leuten. Schaut mal. Erstens, wie geil sieht das aus? Zweitens, seid ihr Hurensöhne und ich bin der Geiße. Ja! Ist auf mein Name! Seid ihr Hurensöhne! Freunde, wir haben heute was vor und zwar wollen wir uns eine neue Anschaffung gönnen. Und das sind diese kleinen Legrea Kameras. Die waren mal mega in vor so zwei Jahren oder so. Das hat diese Fisheye Optik. Diese Kameras werden gar nicht mehr produziert und wir haben jetzt aber über eBay Kleinanzeigen eine auftreiben können. Und wir müssen die abholen. Okay. Soll ich heute mitfahren diese Kamera abholen? Scheiße. Bist du schon mal an Bord? Scheiße. Soll Herr Jan Mayer auch dieses Auto besteigen? Ohhhh. 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 Soll ich da mitfahren? Oder fahren? Ohhhh. Ohhhh. Stopp! Stopp! Sollen wir diesen Typen einfach ausrauben und kein Geld geben und diese Kamera einfach mitnehmen? Oh, ist ein nettes Orakel. Nettes Orakel. Okay. Wer muss an der Tankstelle Verpflegung für alle finanzieren? Ja, muss ich fragen. Liebes, geliebtes Orakel, ich weiß, wir haben eine innige Beziehung. Soll ich das finanzieren? Wenn nein kommt, müssen die anderen das finanzieren. Oh, shit. Ich weiß es. Ich weiß es. Kann ich auch fragen. Soll ich das finanzieren? Ja. Hey Leute, dieser Typ mit dieser Kamera, meine Freundin hat den geschrieben und hat das alles geklärt und der antwortet dann da so Sachen wie Hey, nee, ich hab keine Zeit, bin noch trainieren. Anstatt, dass der einfach sagt, hab keine Zeit oder hey, ja, vor dem Haus steht ein BMW und so. Also schreibt so saudi komischen Sachen. Und jetzt meine Frage, sollen wir dem schreiben? Yo, wenn ich nachher die Kamera abhole, weil er denkt, ja, meine Freundin macht das. Ich bin für alles offen, Zwinker, Smiley. Und dann steht da Cengiz plötzlich vor der Tür. Oh, was geil. Ja, klar. Ja, wir sind da alle. Der denkt dann so, yo, hier ist so eine Frau. Deswegen hat er gesagt, ich gehe trainieren und da ist ein BMW und so. Will mir Kleinanzeigen, du Skate, buddy, hast keine Möse am Start, Alter. Auf jeden Fall. Okay, Freunde, wir sind jetzt im Auto und ich glaube, ihr kennt das. Ihr seid draußen unterwegs und ihr guckt zum Mond hoch und der ist ultra riesig. Und dann zückt ihr euer Handy, um das natürlich schnell festzuhalten auf Insta oder Snapchat und dann sieht das richtig scheiße aus. Dieser Mond ist in Wahrheit gerade riesengroß, wirklich. Scheiße, man sieht das nicht. Okay, Freunde, wir sind an dem Zielort angekommen, wo angeblich die Kamera auf uns wartet. Jetzt müssen wir noch das Geld abheben, was wir dem lieben Mann geben. Wie viel war das? 250? You know what? I'm about to say it. Say it. Say it. I don't care. Okay, warte, ich habe direkt die nächste Challenge für dich. Bist du bereit? Wir filmen verdeckt, wie wir das entgegennehmen von dem. Wenn das Orakel jetzt Ja sagt, dann musst du, du kannst dich normal verhalten bei dem, diesem Typen gegenüber, aber das, du musst, ja, wir gucken gleich, ob ich das mache. Du musst bei der Begrüßung sagen, Ja, May, grüß Gott. What the fuck? Muss ich es machen? Ja, was? Muss hier geklärt werden? Ja, dann frag deinen nochmal, musst du es machen? Ja, okay, ja, dann ist richtig. Ja, du musst fragen. Muss ich das tatsächlich doch machen, Lieber? Nein, muss ich nicht. Jetzt musst du wieder fragen. Nö. Muss ich es tatsächlich machen? Muss ich es wahrhaftig machen? Nein, liebes Orakel, jetzt scheinen Sie ein Missverständnis zu gewinnen. Bin ich es doch, der das machen muss? Nein, oh mein Gott. Okay, Orakel, ich bitte dich inständig darum, mir die Wahrheit zu sagen. Muss ich es erledigen? Ja, da haben wir es doch endlich. Okay, Freunde, wir haben hier so ein Schockergerät und ihr seht es hier, das ist so, ich habe es selber noch nie gemacht. Wie hält man das so? Ja. So, wir sind drei und es hat vier Arme, Freunde. Soll ich zwei nehmen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Hey, ihr müsst aber auch fragen, um Stechen zu machen. Doch, das ist so ein Versuch. Soll ich zwei nehmen? Scheiße. Soll ich zwei nehmen? Yo. Stechen, okay. Soll ich zwei nehmen? Oh mein Gott. Nein. Soll ich zwei nehmen? Oh, Mann. Heißt aber nicht, dass ich den Schock bekomme, Freunde. Oh mein Gott. So, ja, dann nimmt mal in die Hand die Kacke. Oh nein. Ey, das ist so schlimm. Aber das ist ja ein Spielzeug, das kann ja nicht so Hardcore sein. Doch, das soll richtig schlimm sein. Wer sagt das? Ah, ich habe Fiss. Ah! Ah! Hä? Ah! Oh mein Gott. Äh, Alter. Äh, was war das denn? Äh, das ist auch Rappen, überhaupt nicht, statt beide. Okay, soll Cengiz alle in die Hasse nehmen. Ja. Soll alle alle in die Hasse nehmen. Äh, 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 äh. Nein. Soll er jetzt alle in die Hasse nehmen? No. Soll er jetzt in die Hasse nehmen? Ah! Oh mein Gott. Yo, Freunde, wir haben gerade so aus Spaß gesagt, aha, was würdest du machen? Das ist so ein, keine Ahnung. Der sagt so, yo, komm ins Haus. Ich habe hier einen Keks für dich und so ein Scheiß. Also würde ich halt direkt sagen, nein. Da habe ich eben so gesagt, was würdest du machen? Auf so einem Hügel steht jetzt ein einziges Haus. Und jetzt sind wir auf dem Hügel. Ey, schaut euch das mal an. Wir sind hier im Nirgendwo und da ist das Ziel. Schaut euch mal diesen Weg an. Schaut euch das an. Und dieser Mond, oh mein Gott. Schaut mal nach rechts und links. Und der Mond da oben. Oh mein Gott. Hä, wo ist denn das? Yo, das ist ein einziges Haus dahin. Oh mein Gott. Ja, da ist das. Was? Das steht tatsächlich auf einem Hügel. Oh mein Gott. Leute, wir switchen zum Handy, damit ich versteckt filmen kann, wie Jengis, ja, May, grüß Gott sei. Ich will es gleich. Hier stinkt es, der kommt in der Scheiß. Ja, ist auch schon. Komm mal, grüß Gott. Freunde, ich habe meinen Orakel nochmal gefragt, weil ich noch ein Video schneiden musste, ob es okay ist, dass ich doch nicht mitfahre. Das hat der Bam gezeigt und meinte dann, yo, musst nicht mit. Ist nicht so. Hier ist das Fake oder nicht? Ja, Antwort ist ja. Hä? Oh mein Gott. Okay, Freunde, ich habe aber noch eins. Und zwar habe ich Essen bestellt, wie so oft, und... Das ist das Lustigste, das ist die lustigste Kamera, ihr seht es hier. Gut, und zwar habe ich mir Essen bestellt und folgendes, Moment, ich hole es kurz, habe ich mir was überlegt. Okay, wir haben hier noch aus etlichen Videos Furz-Spray, hier steht Liquid Ass, soll ich, wenn der Lieferant kommt, dieses Furz-Spray nehmen, raus machen, vor die Tür, also auf seine Seite, dann die Tür zu, und dann kommt es so auf und man so, oh, ähm, haben Sie gepupst oder warum riecht es hier so? Und die ihm das in die Schuhe schieben, mit diesem Lieferanten, dass der dahin geblieht hat. Dexter, Dexter, supporte, supporte das Orakel. Dexter, du musst den Schuhe machen. Ja! Oh mein Gott! Das gibt es nicht. Oh mein Gott! Habt ihr das gesehen, Freunde? Dexter hat es entschieden mit einer Kopfnuss. Okay, ja, der müsste gleich da sein, Freunde. Okay, bis gleich. Hallo? 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 Oh. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Boah! Was ist das? Weiß ich nicht. Machen Sie das oder wie ist das hier so? Ja, nicht. Haben Sie einen losgelassen oder was? Schwert. Bäh! Okay, Dankeschön, ja? Alles klar. Ach so, ist es noch nicht bezahlt? Weiß ich nicht, du meintest das nicht. Du, du brauchst das. So, ich hol mal eben Geld, Moment. So, bitteschön, stimmt. Boah, was ist das? Oh mein Gott, ey. Bäh! Okay, Freunde, wir lüften erstmal die Wohnung durch. Ja, dieser Typ, der war irgendwie... Oh, 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 es ist giftig und so saugeil. Freunde, das war ein Tag Orakel. Und mit der ganzen WG, habt ihr das gefeiert? Wir schauen mal nach, ob ihr das gefeiert habt. Die Antwort ist... Ja! So, Freunde, nochmal die finale Aufforderung. Daumen hoch geben jetzt. Ja! Freunde, ich muss es auch nochmal kurz erwähnen. In letzter Zeit, Ape Crime, Ape Crime for the Win und Ape Crime TV ist mega am fliegen. Rastet richtig aus. Abos, Views, bla bla, geht sauer ab. Freut uns natürlich mega, dass hier unsere Videos so gut ankommen, Freunde. Ein riesiges Dankeschön dafür. Schaltet wieder ein, wenn ihr Bock auf uns habt. Bis dahin, dann sehen wir uns da. Ciao!